Und NBSP die UNESCO ist eine internationale Organisation und gleichzeitig eine der 17 rechtlich selbstständigen Sonderorganisationen der Vereinten Nationen. Sie hat ihren Sitz in Paris. Derzeit sind 195 Mitglieder in der UNESCO vertreten und 9 assoziierte Mitglieder neben den 193 Staaten der UN mit Ausnahme von Liechtenstein auch. Die nicht in den UN vertretenen Cook-Inseln, Niuei und die palästinensischen Autonomiegebiete. Aufgaben Zu den Aufgabengebieten der UNESCO gehört die Förderung von Erziehung, Wissenschaft und Kultur sowie Kommunikation und Information. Ihr Gründungsvertrag wurde am 16. November 1945 von 37 Staaten in London unterzeichnet und trat am 4. November 1946 Nach der Ratifikation durch 20 Staaten in Kraft, erster Generaldirektor war Julian Huxley. Aus den Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges zogen die Gründungsstaaten die folgende Lehre. Ein ausschließlich auf politischen und wirtschaftlichen Abmachungen von Regierungen beruhender Friede kann die einmütige, dauernde und aufrichtige Zustimmung der Völker der Welt nicht finden. Friede muss, wenn er nicht scheitern soll, in der geistigen und moralischen Solidarität der Menschheit verankert werden. Weiter aus der Präambel Der Verfassung der UNESCO Im Bereich der Erziehung setzt sich die UNESCO vor allem dafür ein bis zum Jahre 2015 weltweit Bildung für alle zu erreichen. Hierzu haben sich 164 Länder verpflichtet sechs Bildungsziele zu erreichen. Auch die Gesundheitserziehung zur Drogen- und Aidsprävention sowie der Wiederaufbau des Bildungswesens in Katastrophen und Krisengebieten gehören zum Wirkungsfeld. Außerdem setzt sich die UNESCO auch für eine demokratische Erziehung auf Basis der Menschenrechte ein. Außerdem entwickelte die UNESCO mit der ISC-ID eine Klassifikation zur Charakterisierung von Schulsystemen. Wichtiger Bestandteil der Arbeit der UNESCO ist die Organisation interregionaler und internationaler Konferenzen zum Thema Bildung, Erziehung wie etwa, Die Konferenz zur Erwachsenenbildung CONFINTA Zum Aufgabenbereich der UNESCO gehören zudem das UNESCO-Schulprojekt und die UNESCO-Lehrstühle. Die UNESCO koordiniert auch die UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung. Im wissenschaftlichen Bereich fördert die Organisation vorrangig die zwischenstaatliche Zusammenarbeit in der Ozeanographie, Hydrologie, Geologie und Umweltwissenschaften mit dem Hauptziel des Erhalts der biologischen Arten und der Trinkwasserressourcen. Die Folgen des wissenschaftlichen und technischen Fortschritts der Biowissenschaften haben den Bedarf an international übereinstimmenden Werten, Grundsätzen und Normen der Bioethik erhöht. Die UNESCO hat darauf reagiert und in den vergangenen Jahren drei völkerrechtlich nicht bindende Erklärungen im Bereich von Wissenschaft und Menschenrechten ausarbeiten lassen, die von der Generalkonferenz jeweils einstimmig verabschiedet wurden. Allgemeine Erklärung über das menschliche Genom und Menschenrechte Internationale Erklärung über humangenetische Daten Allgemeine Erklärung über Bioethik und Menschenrechte Die UNESCO betraut die Hager-Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten von 1954, das wichtigste Werkzeug zur Bewahrung von Kulturgut und die Konvention gegen illegalen Handel mit Kulturgut von 1970, das Werkzeug gegen Plünderung. 2001 entstand die Konvention zum Schutz des Kulturerbes unter Wasser, womit eine wichtige Lücke im geografischen Abdeckungsgebiet der Hager-Konvention geschlossen wurde. Das World Heritage Committee der UNESCO verwaltet das Welterbe der Menschheit, welches eine besondere Auszeichnung mit Bewahrungspflicht darstellt. Es setzt sich aus dem Weltkultur- und Weltnaturerbe zusammen, womit die UNESCO ihre Agenten auch in den Bereich der Landschaften und Naturgebilde ausdehnte. Schon 1970 wurde das Programm Man in Biosphäre ins Leben gerufen, welches die enge Verflechtung von Kulturleistungen und Umwelt betont. Zu diesem Programm gehören auch die Biosphärenreservate als Modellregionen. Daher ist die UNESCO auch im Umwelt- und Naturschutz engagiert. In Folge des Programms entstanden wichtige weltweite Konventionen, etwa über die biologische Vielfalt. 1982 wurde bei der UNESCO-Weltkulturkonferenz Mondiakult in Mexiko ein erneut erweiterter Kulturbegriff festgeschrieben. Die 126 Teilnehmerstaaten nahmen damit eine konzeptionelle Entwicklung zur Kenntnis. Im Grunde ging es darum, den elitären, bildungsbürgerlichen Kulturbegriff und den europalastigen Fokus auf Kulturgut als Bauwerke und Werke der bildenden, schönen Künste im musealen Sinne abzulösen. 2005 hat die UNESCO das Übereinkommen zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen verabschiedet. Eine Magna Carta der Kulturpolitik. In diesem Kontext gehören auch das Weltdokumentenerbe im Rahmen des Programms Memory of All World von 1992, das als Gedächtnis der Welt auf die materiellen Zeugnisse bedeutender geistiger Kulturleistungen fokussiert. Oktober 2003 wurde die Konvention zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes verabschiedete, das Übereinkommen trat am 20. April 2006 in Kraft. Schon das Vorgängerprogramm Meisterwerke des mündlichen und immateriellen Erbes der Menschheit schützte von 1997 bis 2006 mündliche Ausdrucksformen, wie Mythen, Eben und Erzählungen sowie darstellende Künste Musik, Tanz, Spiele, Bräuche, handwerkliche Fähigkeiten und andere künstlerische Ausdrucksformen, die sich nicht in einem materiellen Werkbegriff äußern. Im Bereich Kommunikation und Information setzt sich die UNESCO mit den Problemen der Informationsgesellschaft auseinander. Sie engagiert sich für die Pressefreiheit und den Informationszugang, indem sie unter anderem in Entwicklungsländern Medienkompetenz vermittelt. Journalisten ausbildet und Radiostationen bzw. Nachrichtenagenturen aufbaut. Die UNESCO betreibt unter dem Kürzel EOLSS eine große wissenschaftliche Online-Enzyklopädie. Geschichte Als Vorgängerinstitution der UNESCO gilt das dem Völkerbund angegliederte Institut International die Cooperation Intellektuelle, das im Januar 1926 in Paris seine Arbeit aufnahm. Das CICI wiederum war ins Leben gerufen worden, weil die 1922 gegründete Commission International die Cooperation Intellektuelle, der 14 Mitglieder unter anderem Albert Einstein, Henry Bergson, Marie Curie und Gonzague de Reinold angehörten, als wenig schlagkräftig galt. Das CICI wurde deshalb als Exekutivorgan der weiterhin bestehenden CICI gegründet und wurde vor allem von Frankreich unterstützt, das auch den überwiegenden Teil des Personals stellte und 80% der Kosten des Instituts trug. Hauptaufgaben des CICI waren Fragen des Urheberrechts und geistigen Eigentums sowie von Übersetzungen, der Statistik im Kulturbereich und der moralischen Abrüstung, das heißt, das CICI sollte komplementär zum Völkerbund wirken, dessen Hauptaufgabe die Friedenssicherung durch politische Maßnahmen wie etwa Abrüstung und Streitschlichtung war, indem es die Friedensbereitschaft der Völker durch erzieherische und kulturelle Maßnahmen stärkte. Seit 1942 führte der britische Erziehungsminister Lord Butler in London Gespräche mit Amtskollegen aus acht europäischen Exilregierungen. Ziel war der Wiederaufbau von Bildung und Kultur nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa. Die Sowjetunion weigerte sich ausdrücklich an den Beratungen teilzunehmen. Geplant waren zunächst bilaterale Verträge zwischen den beteiligten Staaten. Nachdem jedoch die Gründung der Vereinten Nationen beschlossen war, begann im Frühjahr 1944 der Kreis um Butler, eine ähnliche Struktur für Bildung und Kultur unter dem Dach der späteren UNO und mit Sitz in London zu entwickeln. Ein erster Entwurf für die UNESCO-Verfassung datiert auf den April 1944. Ab diesen Zeitpunkt beteiligten sich auch die Vereinigten Staaten an den Beratungen. Die europäischen Teilnehmer hofften auf US-Finanzhilfen für die Zeit nach dem Krieg. Auf amerikanischer Seite wollte man die UNESCO für die Gestaltung eines demokratischen Europa nach den eigenen Plänen nutzen. Die französische Seite wollte ihr auf der französischen Revolution basierendes Kulturverständnis zum Leitbild der UNESCO machen. Als ab November 1945 nach einem Regierungswechsel auf britischer Seite relativ unerfahrene Delegierte an den Beratungen teilnahmen, setzten die Franzosen Paris als zukünftigen Sitz der UNESCO durch. Inhaltlich kam ab diesem Zeitpunkt der Wissenschaft und der internationalen wissenschaftlichen Zusammenarbeit ein größeres Gewicht zu. Am 11. Juli 1951 wurde die Bundesrepublik Deutschland Mitglied der UNESCO, vertreten durch die ständige Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der UNESCO im November 1972 auch die Deutsche Demokratische Republik. Heute zählt die UNESCO 195 Mitgliedstaaten, Generaldirektorin der UNESCO-Organisationsstruktur der UNESCO. Organe der UNESCO sind die Generalkonferenz, der Exekutivrat und das Sekretariat, an dessen Spitze ein Generaldirektor steht. Die Generalkonferenz ist das obersten Entscheidungs- und Kontrollorgan der UNESCO. Sie tritt alle zwei Jahre zu einer ordentlichen Tagung zusammen. In der Generalkonferenz gilt der Grundsatz ein Staat, eine Stimme, ein Prinzip, das auch in der Mehrzahl der anderen Sonderorganisationen sowie der Generalversammlung der Vereinten Nationen Anwendung findet. Die Generalkonferenz ist Entscheidungsträger, denn sie bestimmt die Zielsetzung und die allgemeinen Richtlinien der Arbeit der Organisation und beschließt über die ihr vom Exekutivrat vorgelegten Programme. Die politische Zielsetzungen und die Arbeitsrichtlinien werden festgelegt, wobei ein vom Sekretariat in Abstimmung mit den Mitgliedstaaten vorgelegtes zweijähriges Arbeitsprogramm als Diskussionsgrundlage dient. Ferner beruft sie internationale Staatenkonferenzen ein, nimmt internationale Empfehlungen oder Übereinkommen an und erörtert die Berichte der Mitgliedstaaten an die Organisation über die Maßnahmen zur Umsetzung von Empfehlungen und Übereinkommen. Die Generalkonferenz wählt auch die Mitglieder des Exekutivrates für eine vierjährige Amtszeit, der seit 1995 aus 58 Mitgliedern besteht und normalerweise zweimal jährlich zusammentritt. Am 31. Oktober 2011 wurde von der Generalkonferenz die Aufnahme der palästinensischen Autonomiegebiete als Mitglied in der UNESCO beschlossen, was politisch sehr umstritten ist. Die Generalkonferenz der Organisation stimmte in Paris dem Antrag der Palästinenser mit der notwendigen Zweidrittelmehrheit zu. Unter den anwesenden Ländern stimmten 107 für den Antrag, 14 votierten dagegen und 52 enthielten sich. Deutschland stimmte dabei wie die USA mit Nein. Frankreich befürwortete dagegen den Beitritt. Die USA stellten als Reaktion auf die Entscheidung ihre Beitragszahlungen ein, was die UNESCO vor erhebliche finanzielle Probleme stellt. Die USA übernahmen bisher über ein Fünftel des Gesamtbudgets der Organisation. Wegen des Zahlungsboykotts verloren die USA und Israel im November 2013 ihr Stimmrecht. Der Exekutivrat fungiert als Bindeglied zwischen Generalkonferenz und Sekretariat. Er ist für die Vorbereitungen der Tagesordnung der Generalkonferenz, die Prüfung des Arbeitsprogramms und des entsprechenden Haushaltsplans sowie für die Überwachung des vom Sekretariat verabschiedeten Arbeitsprogramms zuständig. Hinsichtlich der Zusammensetzung des Exekutivrats ist im Laufe der letzten 50 Jahre eine zunehmende Verstaatlichung festzustellen. Bis 1954 galten die Mitglieder als Privatpersonen, gewählt als Vertreter des Geistesleben, die im Auftrag der Generalkonferenz handeln sollten. Gemäß einem Vorschlag der Vereinigten Staaten und des Vereinigten Königreichs gelten die Vertreter nunmehr nicht mehr als unabhängig, sondern zugleich als Politiker, welche die Staaten vertreten, aus denen sie stammen. Seit 1976 können die Regierungen darüber hinaus ihre Vertreter vor dem Ablauf ihrer vierjährigen Amtszeit und unabhängig von deren Zustimmung abberufen und ersetzen lassen. Gewählt werden nach Artikel V Absatz 2 der UNESCO-Verfassung solche Persönlichkeiten, die über die notwendige Erfahrungen und Fähigkeiten verfügen, um die administrativen und exekutiven Pflichten des Rates zu erfüllen. Das Sekretariat ist in mehrere Abteilungen gegliedert. An seinem Hauptsitz in Paris arbeiten derzeit rund 2100 Mitarbeiter aus etwa 170 Nationen. Weitere 700 Mitarbeiter sind in den 65 Außenstellen in aller Welt tätig. Das Sekretariat wird von einem Generaldirektor geleitet, der auf Vorschlag des Exekutivrats von der Generalkonferenz für eine Amtszeit von vier Jahren gewählt wird. Der Direktor nimmt an den Sitzungen der Generalkonferenz, des Exekutivrates und der Ausschüsse ohne Stimmrecht teil und erstellt Berichte über die Tätigkeit der Organisation. Die UNESCO-Nationalkommissionen sind keine Organe der UNESCO, jedoch bereits von der UNESCO-Verfassung vorgesehene Stellen in jedem Mitgliedstaat. Die Staaten sollen ihre mit Fragen der Erziehung, Wissenschaft und Kultur befassten maßgeblichen Institutionen mit der Arbeit der UNESCO in Verbindung bringen, vorzugsweise durch Bildung einer Nationalkommission, in der die Regierung und die betreffenden Institutionen vertreten sind. UNESCO-Nationalkommissionen existieren in allen Mitgliedstaaten, so auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Einrichtungen, Initiativen, Förderprogramme, UNESCO-Club, Intergovernmental Odeanographic Commission, International Programme for Development of Communication, Internationales Hydrologisches Programm, Internationales Zentrum für Berufsbildung der Vereinten Nationen, UNESCO-Institute for Lifelong Learning, Kulturelle Vielfalt, UNESCO-Lehrstuhl, Mann in Biosphäre, Welttag der Philosophie, Weltalphabetisierungstag, Kultur- und Naturerbe, Welttag der Poesie, Welttag des Buches, Welttag für kulturelle Entwicklung, Weltmusiktag. Untertitelung des ZDF, 2020